Hi Leute und herzlich willkommen zu einer Folge L17 auf der Kifhäuser in Frostberg mit dem Thomas. Moin moin! Mhm. Oh, das passt aber nicht so ganz. Was soll denn, wenn wir doch gleich mal machen? Zeig du mal deine Bäume um. Du wolltest den F. Aha. Nicht wiederholen. Ne, ne, ich platziere hier, aber es sind so Unterstände und so, aber muss ich auch mal machen. Was? Ich muss mal ganz kurz meine Ronde unterlassen. Hm. Mach das mal. So, jetzt noch weiter. Hey, da ist die Halle groß. Okay. Na, ich denke, es reicht erstmal in Halle, oder? Hm? Ja, eine Halle halt. Ist im Univac im Wald? Ja. Bist du Fan? Auch im Wald? Auch im Wald? Ja, ist in der Halle. Ich bin einfach gut zu Ruhe. Wendst du mit dem? Wendst du mit dem? Mit wem? Mit dem Unimog? Kann ich machen, ja. Hm. Kannst du ja nen Fan nehmen? Äh, ne. Ich fahrt hier mit dem Mercedes. Oder ich will erstmal denn essen noch. Macht eh wieder keiner. Der Junge ist uns hier arg. Ganz genau. So, der ist halt der Messe auf höchsen. wenn wir wollen wo ist so ein Volkhorst was dann die Unimog-X drangehängt du hast doch noch einen Häcksler oder? ja und was ist hier mit dem der Wälder-Gelb kannst du einfach einen Unimog dranhängen hab ich vergessen anscheinend häng mal ab ja so ja so kannst du ihn fast nicht enthängen was sagst du? so ein C-Memories Rückfahrt künst Hauptsache Tunnelabreifen ja ums bei dem MF ist die Felgenfarbe silber nicht rot ja die Felgen sind ja auch silber sind nur die Radgewichte die rot sind du hast voll gegen Radgewichte das sind keine Radgewichte finde ich du musst weiter zurück das geht doch das sind Radgewichte also ich hab mal Radgewichte ausgewählt hier Radgewichte egal wollen wir die Bäume denn in unser Lager sein? was? wollen wir die Bäume denn in unser Lager bringen? was für ein Lager? ne der unser Hof ist da ein Lager? ne und wir können ja da schneiden nö können wir direkt aufladen die kleinen Stücke die kann man alle häxeln so wo sollen wir jetzt den Baum hinbringen? aufhören ist das mit der Masse mit reingepackt? ne nö wir haben das alte links da hast du halt nicht da hast du halt nicht Baum Schauen wir mal im EDK vorbei, wie wir sowas haben. Ich bin mal ein Leberkäse geunammert, oder ein paar Weißbüsch. Gibt es hier nicht geben? Hm, nicht? Ich bin vor allem schon in Deutschland. Aber Leberkäse gibt es so ein bisschen in ganz Deutschland. Aber nicht? Heißt das Leberkäse bei euch? Bei uns heißt das Fleischkäse. Fleischkäse? Fleischkäse. Ach du Scheiße. Fleischkäse weg. Guten Tag. Ich hätte gerne Fleischkäse weg. Ja, Dankeschön. Hm, hier die Penny-Einkaufswägen. Stehen vom EDK. Wow. Oh, das war alles so. Wir brauchen noch ein Heckgewicht für den Unim-Öh, äh für den Beetle. Hm. Du kommst zu schneiden. Du häckselst. Ich häckselst. Ich häckselst. Ich muss die erholen. Nicht verlässt nur Bauwärme. Mach das. Das muss man mit Stückquellen. Wenn man nicht. Na, nie. Du bist das nicht. Du bist das nicht. Du kannst ihn jetzt herhör. Jeist. Wann ist es hier? Nein, ich bin so fast. Ich kann es ihr Glück. Wird es so zuständig oder nicht? Baum? Keiner Ernst? Cool, der bewegt eigentlich Lichter. Dann lässt der Fölk sein. Können wir uns so eine Holzachsleiste oder? Was? Können wir uns so eine Holzachsleiste mit Kettenseil? Soll ich eine kaufen? Ja. Aber wenn, dann die Husqvarna. Ja, ich kau' nicht die. Hier, bitteschön. Alter, wo gibt's die Kie? Das ist ein Mod. Ja, die ägyptische Kachtel schon 15er, oder? 13er. 13er gab schon noch mal Wald. Doch stimmt. Und? Ja. Bitte nicht so übertragen. Ja. Ja. Ich schweige noch wieder. Ich höre einfach wieder. Ich höre nicht an. Kommt dann der Winzerkirchen? Das fliegt bei einer? Mal gucken, wenn das im Fernsehen der geht. Hoffentlich schon mal, denke ich mal. Nein. Nein, das geht gerade nicht. Nein, nein, das geht gerade nicht. Das ist halt nicht falsch. Er muss erst, äh, der Mann kommt, äh, und den Router anschließen. Nein, nein. Telekom. Zumal auch bei der Telefon. Wir sind auch bei der Telefon. Ja, ich bin dann 10 Liter vom Mikrofon. Ja, ich hoffe, ihr mal gescheit ist. Herr Router Prokast, damit auch ruhig sie. Ja, das ist scheiße, das Ding. Das ist eines der schlechtesten Mikrofon. Das ist das Problem. Mit Mikrofon 2017. Ja, 2017 ist schon voll alt. 2018 wurde nicht mehr noch alles gebotet. Klimi. Das lovlenkt nicht mehr zugrunde. Lack ist bei dir auch. Wann komm es da eigentlich mal. Ich bin schon unterwegs. Wルve fährst du? Weiß ich. Weiß ich. Weiß ich! Ja. horses gelach! Warum muss ich ausgeholt 이게? Ah, oh. Boah. Was ist denn hier los? Ich fälle mal ein paar Autos hin, vor allem nicht. Reichen die Bäume, die jetzt gefällt sind? Ich habe es noch nicht gesehen. Thomas, es leckt. Es leckt? Ich habe gerade geleckt. Komm mal her, ich glaube hier müssten reichen die Bäume. Ja. Wir haben auch noch keine Sturmfläser. Ja, kann sein. Deswegen haben wir auch noch 135.000 Euro. Soll er ihn holen? Nee, ich kaufte ihn, du sie abholen. Ja, mache ich. Wo muss ich? Welch nehme ich denn? Den MF. Wie lange hast du? Hast du ihn wieder angekoppelt? Äh, nee, du kannst den MW-Trag nehmen. Okay. Du willst jetzt wohl hexen, oder? Genau. Ja, oh. Du musst aber erst mal in Stücke schneiden. Ich muss aber die Krone scheiß mal wegfahren. Ja, ich muss nicht in Stücke schneiden, ich schieb die ganz rein. Äh, Frontlader, bitte weg. Frontlader, bitte. Lass ihn doch dran. Du bist. Ja, dankeschön. Immer. Ich begebe mich dann mal auf die Fahrt. Dann hängst du wieder an. Ja, wenn ich wieder kommen. Frontlader, lass mal dran, weil das ist ein Haufen Arbeiten an, abzubauen. So. So. So nach Bokobel immer. Ja, das ist mindestens eine Minute Arbeit. Achtung aus. Vers 10 Zack Zack ankoppelt. Ja, mindestens eine Minute. All das der Eko-Lof, äh, Eko-Ölfilter hat. Hey, A hat uns auch. Wow. Nicht nur die ersten Bilder drinnen, die es gab. Wohin sind Spuren verliert. Da fahren wir gleich nur noch. Ach, ja. Wohin ist der Dumme. Was ist denn? Was hast denn mit den Bäumen gemacht? Wie? Wie mit dem Bäumen? So mit dem Bäumen. Alter, die Kettenwege. Die geht steil. Was ist denn da? Bier? Nicht mal Alkoholfrei. Wo? Wo wohl? im mb-truck, das habe ich reingestellt erst auf, mach es mal weg mach es mal mit dem Bier warum geht es hier nicht rein? ah doch, es geht so, jetzt können wir Bierflaschen ausschmeißen neu rein, fertig, let's go weiter scheiß ruckst du hast du einen Kloß angekauft? kein Geld einfach 10,000,000 ich habe eine Hexe schon dabei, dass sie auf große Bäume reingehen ich merks da steht, dass keiner reingeht dass doch das große reingeht das ist nämlich ein Mod ich bin schon wegen auffallend, der braun mit Farbe ja, er hat Farbe er ist ja halt gelb genommen ne 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 tschau